Ich habe jetzt Josef Fausen bei mir und wollte das Interview eigentlich auf Dänisch mit dir führen, weil mein Dänisch ist ja schon sehr gut. Wir haben es jetzt trotzdem auf Deutsch gemacht, aber ich will jetzt testen, ob ich wirklich Dänisch kann. Achtung, Josef, du übersetzt ins Deutsche. Hi, hi. Auf Wiedersehen. Wie siehst du? Wir sehen uns. Und Tusen Tag. Dankeschön. Gut, also das hast du schon mal verstanden. Jetzt ist meine Frage an dich. Sag bitte laut und stark in die Kamera auf Dänisch. Christina vom Dorf. Ja, das kann ja wohl nicht so schwer sein. Auf Dänisch? Ja. Okay. Christina von Lennel. Christina von Lennel? Lennel. Lennel? Lennel. Ach, wie Ländle. Wie Stuttgart, wie Ländle. Ja, fast. Also Christina von Lennel. Frau Lennel. Christina von Lennel. Danke. Tschüss. Ciao. Ciao.